Dominic riss sich aus dem Griff seines Gegners los und stolperte aus dem Foyer ins Innere der Bar. Er fiel ein paar Stufen hinunter, stürzte zu Boden und kam unbeholfen wieder auf die Beine. Ein Schuss krachte. Dominic riss die Hände in die Höhe. Die Irritation stand ihm ins Gesicht geschrieben, Captain Perk und Roslyn zusammen mit Blake und dessen Gefolge zu sehen. Dominic schwankte zwischen Abscheu und Fragen, die jetzt in seinem Kopf herumschwirrten. Dieselben Fragen, die Cyrus sich gestellt hatte. Roslyn und Perk sprangen auf, während Blake sitzen blieb, um die Situation ruhig und überlegt zu analysieren. Seine beiden Begleiter, die Frau mit dem Medusenhaar und der dunkelhäutige McIntyre, gaben sich alle Mühe, seine Beherrschtheit nachzuahmen. Zumindest der Frau war die Anspannung anzumerken. Es sah so aus, als wäre sie dabei, eine versteckte Waffe hervorzuziehen. Bereit sofort zu schießen, sollte Dominic eine verdächtige Bewegung machen. Die Piraten stießen Dominics Gefährten in den Raum. Mike stürzte und Cyrus erhielt einen Stoß in den Rücken mit einem Gewehrkolben. Die Kalzenbrüder und Tonja stolperten hinterher, salutierten und bemühten sich um Haltung, als sie Perk und Roslyn erkannten. In diesem Augenblick begann die Umgebung in einem Umkreis von etwa sechs bis acht Metern um den Tisch, an dem Blake, Perk und Roslyn saßen, zu verschwimmen. Ein leises Brummen tönte in Dominics Ohren und die Gäste sowie der Club verwandelten sich in einen undefinierbaren Nebel aus Formen und Farben. Nur was sich innerhalb eines gewissen Radios um Blakes Tisch befand, war noch klar zu erkennen. Auch die Geräusche außerhalb dieser Barriere drangen nur noch gedämpft oder verzerrt ein und verhinderten, dass man belauscht wurde. So etwas hatte Dominic noch nie zuvor erlebt. Es schien eine Art Sperrfeld zu sein. Ich fürchte, das kommt etwas zu spät, knurrte Roslyn. Auch Perk, der sich immer gut unter Kontrolle hatte, war verärgert über die Kadetten, die hier so unvermutet aufgetaucht waren. Verdammt! Stehen sie bequem, sie machen sich lächerlich! Offenbar hatte Blake das Feld zu aktiviert, als die Carlson's und Tonja vor Perk und Roslyn salutierten. Zu spät, wie Dominic an seiner mürrischen Mine erkannte. Es hatten genügend Gäste mitbekommen, dass hochrangige Flottenoffiziere in Zivil gekommen waren, um sich mit Blake zu unterhalten. Dominic konnte nicht sagen, was das für sie alle bedeuten mochte, aber die Situation schürte zweifellos Gerüchte. Schon sehr bald würden sie auf Chester Gesprächsthema sein. Wir haben sie bei der Triss aufgestöbert, eröffnete die blonde Frau mit den grünen Augen und drückte Dominic die Mündung ihrer Pistole in die Seite. Waren mit ein paar Flets unterwegs. Die gehörten nicht zu uns, gab Dominic zurück. Die tauchten plötzlich auf. Wir waren unbewaffnet und nicht für einen Kampf ausgerüstet. Wir gehören zu Perksleuten. Jetzt muss ich mir etwas ausdenken, dass das Gerede in unbedenkliche Richtungen lenkt, bemerkte Blake säuerlich und klopfte mit den Fingerspitzen auf den Tisch. Sie wissen gar nicht, wie geschwätzig die Leute hier sind. Roslyn stand schweigend auf und stellte sich vor die Kadetten. Eine Weile ließ er seinen Blick über die jungen Leute schweifen, bevor er sich Dominic widmete. Er kam mit seinem Gesicht so nahe, dass sich ihre Nasenspitzen fast berührten und sprach so leise, dass allenfalls Cyrus ihn noch hören konnte, der neben Dominic stand. Sie wissen, dass sie uns gerade in Schwierigkeiten bringen, sagte der erste Offizier. Dominic fühlte sich außerstande, etwas zu erwidern. Er bereute es inzwischen, Cyrus nachgegeben zu haben, Chester zu besuchen. Nur sie und Corinne waren mit auf Samaria und haben die da gesehen, er deutete mit einem kaum merklichen Kopfnicken zu Blake und dessen Begleitern hinüber. Die vier anderen haben keine Ahnung, wer das ist, nehme ich an. Nein, Sir, stammelte Porter. Ich meine, ich gehe davon aus, ihr Freund ist immerhin eine Berühmtheit. Roslinds Augen waren schmale Schlitze, bedrohlich wie Geschützluken, und der Zorn loderte darin. Der Begriff Freund in Bezug auf Blake schien ihm nicht gefallen zu haben. Sorgen Sie dafür, dass es so bleibt. Sir, Dominic leckte sich vor Aufregung die trockenen Lippen. Ich verstehe die Situation nicht. Ich werde jetzt nicht mit Ihnen diskutieren. Seine Worte waren wie ein eisiger Hauch, der Dominic frösteln ließ. Sie gehen jetzt zurück auf die Zora, und dann werden wir sehen, was mit Ihnen passiert. Er hob die Stimme. Alle außer Corrin und Porter wegtreten! Die Kadetten gehorchten und drehten sich auf dem Absatz um. Zögerlich traten sie durch das Eindämmungsfeld. Wollen Sie nicht wissen, was passiert ist? fragte Dominic anschließend. Roslind fixierte ihn noch immer mit eisigem Blick. Ich bin mir sicher, wir werden es erfahren. McIntyre erhob sich und kam mit langsamen Schritten näher. Was haben die zusammen mit den Flats ausgeheckt? wollte er von der blonden Frau wissen, die noch immer ihre Waffe auf Dominic richtete. Es waren zwanzig, erklärte sie. Jetzt sind es noch drei. Sie sind an Bord der Triss. Sie wollten die Triss offenbar zerstören. Aha, bemerkte der schwarze Käpt'n. Wir werden sie verhören. Dann finden wir schon heraus, was passiert ist und wem wir vertrauen können. Es versteht sich, dass wir bis dahin eine Geisel nehmen werden. Ich werde als Geisel bleiben, schlug Cyrus verwegen vor. Ein Offizier wäre mir lieber, wendete McIntyre ein und sah Roslind herausfordernd an. Der Kadett genügt. Blake schien nun doch ein wenig aus der Fassung zu geraten. Kein zu großes Aufsehen, wenn mal ein Kadett abgängig ist, wird das nicht für zu viel Unruhe in den Reihen der Mannschaft sorgen. Die Besucher hier im Club konnten sehen, dass die Kadetten salutiert haben. Die Frau neben Blake vermochte nicht, ihre Unruhe zu kaschieren. Die werden herumerzählen, dass wir uns mit der Flotte in Verbindung setzen wollen. Ganz falsch liegen sie da nicht. Kirk nahm das Guvert in die Finger, bevor er es wieder zurück auf den Tisch legte, als wolle er damit nichts zu tun haben. Dominic fragte sich, was es damit auf sich haben mochte. Vielleicht beinhaltete es die Daten, die Blake aus dem Samaria-Rechner geholt hatte. Aber dann hätte es der Käpt'n längst an sich genommen, anstatt es auf dem Tisch liegen zu lassen. Eventuell ein Bestechungsgeschenk? Roslyn und ich sind in Zivil, Kirk winkte ab. Man wird glauben, die Hände an der Schläfe würden ihnen gelten. Ihr Ruf ist ja unbestritten, Blake sah den Käpt'n mitleidig an. Ich habe die Flotte verlassen, da waren ihre Kadetten noch Hosenscheißer. Unwahrscheinlich, dass man voraussetzt, sie könnten mich kennen. Dominic musste ihm Recht geben. Nur Roslyn hatte mit seinem Namen etwas anfangen können. Dominic und seine jungen Kameraden wussten nichts über den alten Admiral und seine Heldentaten. Wahrscheinlicher ist, sie denken, wir haben mit Flats zu tun, mutmaßte McIntyre. Immerhin ist das ein Gerücht, dem ich unter diesen Umständen den Vorzug geben würde. Blake verschränkte die Hände auf dem Tisch. Die Flats haben immerhin einen Teil meiner Crew entführt. Es wäre verständlich, wenn ich versuche, mich mit den Flats zu einigen. Mir jedenfalls schiene das plausibel. Blake runzelte die Stirn und trieb sich das Kinn. Ich werde ein paar gezielte Gerüchte streuen. Er erhob sich, das Dämpfeld erlosch und der Club mit seinen irritierten Gästen wurde wieder sichtbar. Die Athena legt so bald wie möglich ab. Ich hoffe, wir hören voneinander, Captain. Auch Perk stand auf und musterte seine Mannschaft. Für einen Moment ließ der Captain seinen Blick auf Dominic ruhen. Er las darin weder einen Vorwurf noch Ärger. Die Piratin mit den grünen Augen packte Cyrus am Oberarm und schob ihn vor sich her aus dem Club hinaus, der als Geisel bei ihr bleiben sollte. Keine Sorge, beschwichtigte Blake. Sie bekommen ihn wieder. Ich denke, nun können sie mir den Gefallen tun, von dem wir gesprochen haben. Als Zeichen ihres guten Willens und als Entschädigung für die Aufregung sowie den daraus folgenden Reinigungsarbeiten. Und natürlich auch meinen Ruf. Den wollte ich mir eigentlich nicht beschädigen lassen. Im Vorbeigehen schob er Perk das Kuvert in die Jackentasche. Dann verließen er und seine Leute den Club. Cyrus stand der Schweiß auf der Stirn, als er durch die Gänge und Korridore des Katana gestoßen wurde. Ein Trupp von drei grobschlechtigen Kerlen schien Freude daran zu haben, ihm die Mündungen ihrer Gewehre in den Rücken zu rammen. Ihm blieb ab und an die Luft weg, aber er hatte Angst, sich zu beklagen und ließ die Tortur wortlos über sich ergehen. Immerhin ging die große Frau mit den grünen Augen vor ihm her und bei aller Aufregung und Angst entging ihm nicht, wie aufreizend stolz sie sich bewegte. Die enge Kombination, die sie trug, unterstrich ihre Figur und Cyrus ging in seltsamer Weise ganz andere Gedanken durch den Kopf, als sich zu befreien und davon zu laufen. Es war irritierend und er hätte gerne gewusst, ob das angesichts seiner Situation normal sein konnte oder ob er gerade dabei war, den Verstand zu verlieren. Plötzlich blieb die Frau stehen und wirbelte herum. Sie war etwa einen halben Kopf größer als Cyrus und sah auf ihn herunter. Ihre großen grünen Augen funkelten und in ihrem Gesicht stand ein Ausdruck, den Cyrus nicht recht zu deuten wusste. Ein Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, als sie die langen, schlanken Finger ihrer Hand unter sein Kinn legte. Diese Geste hatte etwas eigentümlich Erniedrigendes an sich. »Löst seine Fesseln«, befahl sie und einer ihrer Begleiter begann den Befehl mit groben Handgriffen auszuführen. »Ich will, dass du etwas für uns tust, Kleiner«, fuhr sie fort und legte beide Hände auf seine Schultern. Ihr Gesicht war nun so nahe, dass er nichts anderes mehr sehen konnte als diese wunderschönen Augen, die wie ein Nordlicht im Winter strahlten und funkelten. Ihm war klar, dass diese Frau wusste, wie sie auf Männer wirkte. Ihre bedrohliche Schönheit war gewiss so gefährlich, wie das Waffensortiment, das sie am Gürtel trug. Cyrus war Frauen gegenüber nie besonders zurückhaltend gewesen und wusste bislang jede Gelegenheit zu nutzen, wenn er ein gutes Angebot bekam. Doch diesmal wünschte er sich inständig, diese Bekanntschaft nie gemacht zu haben. Dieses weibliche Wesen gehörte zu einer ganz anderen Kategorie als jene, in der er sich gewöhnlich zu bedienen pflegte. »Wir haben hier einige Flats.« Sie neigte leicht den Kopf und lenkte damit Cyrus' Aufmerksamkeit auf ein verriegeltes Schott hinter ihr. »Wir haben sie gerade eben in einer Zelle zusammengelegt, damit sie sich ein wenig untereinander austauschen. Aber die machen es uns ein bisschen schwer. Wir haben da zwar Mikrofone und Optiken in den Wänden, aber die haben ihre Köpfe zusammengesteckt und einer summt immer laut vor sich hin, wenn sie sich unterhalten. Unmöglich, da was herauszufiltern. Doch manchmal fängt man Füchse mit einem anderen Fuchs. Cyrus nickte. »Was soll ich machen?« »Sie halten dich doch für einen von ihnen.« »Der Schwindel ist aufgeflogen«, wandte er ein. »Sicher?« »Also zumindest hat ihr Anführer zum Fluss was gemerkt.« »Aber der ist tot«, erwiderte die Frau. »Die da drin sind nur kleine Lichter. Vielleicht haben sie nicht alles mitbekommen. Und wie ich das beobachtet habe, hat er dir noch die Waffen ausgehändigt, bevor ihn das Schicksal ereilte und sich die Ereignisse überstürzten. Ich denke, die Verwechslung ist noch nicht von allen durchschaut. Also? Willst du uns behilflich sein?« Cyrus überlegte eine Weile. Ihm gefiel es irgendwie, dass die Frau ihn brauchte und offenbar Vertrauen in ihn setzte, nützliche Informationen für sie ergattern zu können. Nicht ganz ohne Stolz sagte er zu. Im nächsten Moment erhielt er von hinten einen Schlag in die Kniekehlen, der ihn zu Boden gehen ließ. Die Frau rammte ihm ihr Knie ins Gesicht, dass er Sterne sah. Für einige Sekunden wankte Cyrus und während ihn die Piratin stützte, füllte sich sein Mund mit Blut. Er hatte sich auf die Zunge gebissen und die Unterlippe war aufgeplatzt. Der Schmerz raubte ihm die Sinne. Er benötigte eine Weile, bis er wieder völlig bei Verstand war. »Und jetzt, wo wir uns näher gekommen sind?« sagte sie sanft und mit einem Lächeln, wobei sie ihm erneut die Hand auf die Schulter legte. »Ich heiße Alina. Viel Glück jetzt.« »Ich kann kaum was sagen«, stammelte Cyrus, während ein Rinnsal aus Speichel und Blut auf seinen Kragen tropfte. »Gut so.« Sie nahm ihn sanft an der Schulter und schob ihn an die Schleuse heran. »Dann wird es dir schwerfallen, dich zu verplappern.« Nach einem kurzen Blick durch einen schmalen Sehschlitz in das Innere der Zelle öffnete sie die Tür und stieß Cyrus hinein. Er taumelte und stürzte zu Boden. Hinter ihm schloss sich das Schott mit zischendem Geräusch. Es befanden sich drei Männer in der Zelle, die gerade dicht beisammen saßen und sich offenbar miteinander unterhielten. Einer löste sich aus der Gruppe, um Cyrus aufzuhelfen. Es war der Älteste der drei und hatte bereits einige graue Haare. »Ist nicht gerade ein Hotel«, scherzte er. Cyrus gelang es nicht, mit einer spaßigen Bemerkung zu kontern, obwohl ihm schon eine passende Erwiderung auf seiner verletzten Zunge lag. »Nicht über das Essen klagen«, wollte er sagen, aber als er es versuchte, durchzuckte ein stechender Schmerz seinen Mund. »Die haben sich mit den Falschen angelegt«, bemerkte einer der Flats, der neben seinem Kumpel auf dem Boden hockte. »Ein junger Mann mit blondem Bürstenschnitt. Die werden noch bereuen, uns Probleme gemacht zu haben«, Cyrus nickte. »Ich hoffe, wir bleiben nicht lange.« Er verstand seine eigenen Worte kaum und es tat weh zu sprechen. »Welches Schiff?« fragte der Dritte, ein korpulenter Mann mit Glatze. »Lasst ihn erst mal«, wandte der Ältere ein und forderte Cyrus auf, sich zu ihnen auf den Boden zu setzen, um das vertrauliche Gespräch vorzusetzen, das sie gerade unterbrochen hatten. Die Männer legten die Arme um seine Schultern und der Junge mit dem Bürstenschnitt fing mit dem Summen an. Ein durchdringender, tiefer Brummton, der alle Worte überdecken sollte, die gesprochen wurden. »Nochmal«, begann der Glatzkopf von Neuem. »Welches Schiff?« Cyrus musste nicht vorgeben, Schmerzen beim Sprechen zu haben. Die Lippen zu bewegen war fast unmöglich. Das gab ihm immerhin etwas Zeit, sich an den Namen des Schiffs zu erinnern, den ihm der Anführer der Flitz zuvor genannt hatte. »Aids«, murmelte er schließlich. »Seid einfach abgehauen«, meinte der Glatzkopf verärgert. »Kann dich nicht beurteilen«, Cyrus sabberte blutigen Schaum. »Hat der Käpt'n entschieden?« »Sanders ist schon immer ein Feigling gewesen.« »Sanders hat Verluste vermieden«, »verteidigte der Älteste der Gruppe den Käpt'n.« »Das kann man von Brent und Moody nicht behaupten. Die lassen gerne mal jemanden für sich bluten.« »Ich glaube nicht, dass Brent nach uns suchen wird.« Cyrus nickte und merkte sich die Namen der Käpt'ns. »Spielt ja keine Rolle mehr.« Der Glatzkopf runzelte verärgert die Stirn und zischte durch die Zähne. »Wenn es stimmt und wir hier nicht von Chester wegkommen, sind wir ohnehin geliefert.« Das klang ernst. Cyrus war ganz ohr. »Das stimmt leider«, sagte der Alte. »Die Cayman wollen einen Ausgleich für ihre Verluste und sie schicken ein großes Schiff her, um Chester abzuernten. Die werden nicht zwischen uns und anderen unterscheiden. Bin mir sicher, die Hydra hat bereits ohne uns abgelegt, um den Käfern nicht unnötig in die Quere zu kommen. Und die Hates auch. Wir sind also auf uns allein gestellt.« Cyrus jagt einen Schauer über den Rücken. »Die kommen hierher?« Der Junge signalisierte mit Handzeichen, dass er Luft holen musste. Dann summte er wieder vor sich hin. »Die werden alles platt machen«, fuhr der Glatzkopf fort. »Sie schicken ihre Hunde aus und vielleicht bekommen wir sogar mal die Cayman selber zu Gesicht. Das wäre mal was.« »Das dürfte kein Vergnügen werden«, gab der Alte zu bedenken. »Wäre gut, wenn wir bis dahin wieder ein eigenes Schiff haben. Dafür dürfte die Zeit nicht ausreichen.« Der Ältere schürzte die Lippen. »Wir müssen darauf vertrauen, dass die Piraten zurechtkommen, wenn es losgeht. Und hoffen einfach, dass sie uns nicht über Bord werfen.« Cyrus überwand seine Schmerzen. »Wir sollten sie warnen«, der Glatzkopf knurrte Cyrus an. »Dann könnten wir uns gleich eigenhändig die Kehle durchschneiden. Wir sollten vielleicht allem seinen Lauf lassen. Unter Unbeständen lassen uns die Cayman ja in Ruhe, wenn sie sehen, dass wir zur Flotte gehören.« Der Ältere lächelte mitleidig. »Das glaubst du doch selber nicht. Ich schätze, dass sie nach dem Verlust von Samaria auch die Schiffe der Flotte angreifen könnten, um sich einen Ausgleich für die entgangenen Lieferungen zu verschaffen.« Cyrus versuchte, aus dem Gespräch seine Schlüsse zu ziehen. »Wollte das alles heißen, die Flotte hätte ein Abkommen mit den außerirdischen schlechtern?« »Aber keine Sorge«, beschwichtigte der Alte. »Wenn das Chaos ausbricht, stehen unsere Chancen gar nicht schlecht. Ich bin geschickt darin, mich zurecht zu finden, wenn es drunter und drüber geht. Von euch kann niemand Latein, nehme ich an.« Cyrus wollte zuerst widersprechen, doch stattdessen wischte er sich mit dem Ärmel über die blutigen Lippen. »Man braucht ein Passwort, damit die Cayman nicht angreifen.« Er machte eine bedeutungsschwere Pause. Das lateinische Wort für Flüchtling. »Lanius«, kam Cyrus in den Sinn, behielt es aber für sich. »Hat sich irgend so ein sentimentaler Spinner im Flottenkommando ausgedacht?« Cyrus gingen die Nerven durch. Er musste diese Information an Pirk weitergeben. So schnell wie möglich, noch ehe die Cayman eintrafen. Er beschloss, die Komödie zu beenden, löste sich aus der Umarmung der Gruppe und sah sich nach versteckten Kameras und Optiken um. Wie konnte er den Beobachtern Zeichen geben, ihn rauszuholen? Der Junge unterbrach sein Gebrumme. »Was ist los?« Cyrus machte einige Schritte rückwärts zur Tür und trat mit der Ferse gegen das Metall. »Platzangst«, erkundigte sich der Alte. »Sieht nicht so aus«, der Glatzkopf zog einen dünnen silbrigen Draht aus dem Kragen seiner Jacke. »Der gehört nicht zu uns. Sei es drum, er wird gleich bluten.« Der Blonde sprang auf und war im nächsten Moment mit seinen Fingern an Cyrus' Kehle. »Ich kriege schreckte seinen rechten Arm, der alte seinen linken. Gemeinsam zerrten sie ihn auf den Boden, er erhielt einen Tritt in den Bauch. Cyrus spürte, wie sich der Glatzkopf auf seinen Rücken kniete. Der Mann legte gerade den Draht um Cyrus' Hals, als er das Zischen der Türmechanik hörte. Das Gewicht des Flats drückte ihm die Luft aus den Lungen. Cyrus wurde schwarz vor Augen. Dumpf vernahm er Geschrei, das Trampeln von Stiefeln, dann ein Schuss. Der schwere Mann sackte leblos auf Cyrus' Rücken zusammen. Die Last des schlaffen Körpers drückte ihm weiter die Luft aus der Brust. Ein weiterer Schuss krachte und die Energiesalve entlud sich funkensprühend an der Wand. Dann wurde es still um Cyrus und dunkel vor seinen Augen, bis endlich jemand den toten Körper von ihm herunter zerrte. Erneut wurde Cyrus unsanft gepackt und aus der Zelle geschleppt. Nach und nach kehrte das Bewusstsein zurück. Zwei Männer hielten ihn fest, sodass er Alina in die Augen sehen konnte. Der Anblick entschädigte ihn ein wenig für die Umstände. Das ist ziemlich schnell gegangen. Alinas Stimme und Mine zeigte ihre Erwartungen an, Cyrus müsse etwas wirklich Wichtiges zu Tage gefördert haben. Bist du ein Talent im Streit suchen oder hast du dich nur dämlich angestellt? Wir müssen weg von hier, keuchte er mit schmerzverzerrt im Gesicht. Ein Cayman Schiff wird Chester angreifen. Alinas Blick wanderte zwischen Cyrus und den beiden Flätz hin und her, die auf dem Boden lagen und gerade gefesselt wurden. »Und auch wie man entkommt?« Der alte Flätz lachte. »Sag es ihnen nur, Junge, aber das ist nicht alles, was man wissen muss, um zu entkommen.« Cyrus nahm sich Zeit, um seine Worte genau zu artikulieren. »Man muss den Cayman das lateinische Wort für Flüchtling übermitteln. Dann lassen sie einen durch. »Lanius?« fragte Alina ungläubig. »Das ist alles?« »Ja, das ist alles.« Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Und auf welcher Frequenz?« Cyrus zögerte. Das hatte er nicht herausbekommen. Hätte er nicht die Nerven verloren, würde er vielleicht auch diese Informationen herausgefunden haben. »Na, ich würde alle Frequenzen versuchen.« Einer der Piraten hinter Alina lachte verächtlich auf. »Alle Frequenzen? So ein Idiot!« »Ihr kommt hier nicht weg ohne uns,« sagte der leichte graute Flat. »Ich schlage euch einen Handel vor.« Alina trat an den Mann heran. »Ich wäre zu einem Handel bereit, wenn du mir meinen Kumpel wieder bringen kannst. Er wurde von euch entführt vor einigen Tagen. Sag mir, wo ich ihn finden kann, und ich erfülle dir einen Wunsch.« Der Flat schwieg. Offenbar gingen seine Kompetenzen nicht so weit, Alinas Forderungen nachzukommen. Sie wandte sich an einen ihrer Männer. Sag dem Käpten der Zora, sie sollen jemanden schicken, ihren Mann abzuholen. Und teilt Blake mit, dass wir von hier verschwinden. Daraufhin drehte sie sich wieder dem Flat zu. »Ich hole mir meine Informationen. Da kannst du Gift drauf nehmen.« Als man Cyrus wegbringen wollte, riss er sich aus dem Griff eines der Piraten los. »Ich bleibe«, sagte er mit schmerzverzerrtem Gesicht. »Ich muss das auch wissen. Du gehst jetzt nach Hause. Alina grinste breit. So wie ich den alten einschätze, kann das etwas dauern. Kontakt ihr mich später deswegen. Sie folgte ihren Männern in die Zelle und schloss das Schott. Perk schickte Dominic in einem Zweimann-Gleiter los, um Cyrus abzuholen. Jetzt saß dieser neben ihm und sah übel aus. Als Dominic fragte, was passiert sei und wer ihn so übel zugerichtet hatte, antwortete er mit einem gestammelten »Los! Schnell!« Das in Dominics Ohren wie Boffnell klang. Cyrus unterstrich seine Worte mit heftigen Gesten, die Eile andeuten sollten. Immer wieder saß Cyrus aus dem Fenster nach oben. Seine Nervosität stieg. Da ist ein Erste-Hilfe-Set unter deinem Sitz, sagte Dominic und steuerte den Gleiter durch die Häuserschluchten. Cyrus fischte es umständlich hervor und versorgte sich mit Saugkompressen, die er sich unter Schmerzen in den Mund schob, bis er wie ein Hamster aussah. Zuletzt brach er eine Nadelampulle auf und setzte sich eine Injektion in den Arm, um die Schmerzen zu lindern. Warum haben die das gemacht? Dominic sah keinen Grund, warum man Cyrus das hatte antun müssen. Brisante Informationen besaß er nicht, das hätte den Piraten klar sein müssen. Was sollte ein Kadett schon wissen? Hast du sie irgendwie provoziert? Cyrus tippte auf dem Display seiner Konsole herum und auf Dominics Bildschirm erschien ein kurzer Text. Die Cayman werden Chester angreifen? Dominic musste den Satz zweimal lesen. Es hatte nie irgendwelche geplanten Angriffe auf menschliche Einrichtungen gegeben. Weder von Seiten der Cayman noch der Akato. Alles, was bislang an Katastrophen geschehen war, konnte man als kollateral bezeichnen. Wann soll das passieren? wollte Dominic wissen. Jeder Zeit war das nächste Wort, auf dem Schirm erschien. Eine weitere Zeile leuchtender Buchstaben wurde sichtbar. Flieg schneller! Dominic drückte den Schubhebel nach vorne. Er war nun doch ein wenig beunruhigt. Wenn das so sicher ist, sollten wir das dem Käpten sofort mitteilen. Dominic kontaktierte die Zora und verlangte Käpten Perk zu sprechen. Es ist wichtig, knurrte er, als ihn der Kommunikationsoffizier nicht gleich durchstellen wollte. Schließlich meldete sich der Käpten und Dominic teilte ihm mit, was Cyrus herausgefunden hatte. Woher hat Corin diese Information? Perk klang mürrisch und misstrauisch, was nicht weiter verwunderlich war, wenn man bedachte, welche Unruhe Cyrus und Dominic in die Mission der Zora gebracht hatten. Von den Flats, wiederholte Dominic die Worte, die Cyrus getippt hatte. Einen deftigen Preis dafür gezahlt, er gänzte Dominic. Deswegen kann er gerade nicht sprechen, ich lese seinen Text. Ein Fall für die Krankenstation? Definitiv, Sir. Er kann von Glück sagen, gab Perk zurück. Und sie auch, Porter. Aber wie kommt er dazu, mit den Flats zu quatschen? Wieder las Dominic die nächste Zeile auf seinem Schirm vor. Einige Flats wurden verhört, er war dabei, hat diese Informationen von ihnen. Wir legen unverzüglich ab, wenn sie wieder an Bord sind, sagte Perk und beendete die Verbindung. Cyrus hob den Daumen. Wir sind ein gutes Team, stammelte er. Dominic hatte gerade den Stadtrand erreicht, als ein Signal von der Zora eintraf. Es war Roslyn, der sich meldete, als Dominic den Kanal öffnete. Die Cayman sind eingetroffen, er klang gehetzt. Eine Kralle ist in der Nähe in den Normalraum gewechselt. Sie wird Chester rammen. Sollten wir den Kontakt zu ihnen verlieren, bleiben sie beim Gleiter, wir schicken ein Team. Kaum hatte er das gesagt, trudelten brennende Trümmer und eine ganze Hausfassade in Dominics Flugbahn. Er wich aus und jagte zwischen den Häusern der Stadt hindurch. Das Fahrzeug wurde von einem großen Teil getroffen und trudelte abwärts. Dominic versuchte einen Absturz zu verhindern, aber der Gleiter verlor mehr und mehr an Höhe. Rauch quoll aus einem der drei Schubaggregate. Weitere Gebäuderagmente regneten herab. Dominic gelang es, den Sturz der Maschine abzufangen und die Flugbahn einigermaßen zu stabilisieren. Er steuerte den Gleiter aus der Stadt hinaus und flog auf ein Gebiet in der Peripherie zu, das wie ein großer Park aussah. Cyrus krallte sich in die Armlehnen, während der Boden schnell näher kam. Angestrengt starrte Dominic zündete die Bremsraketen. Das Fahrzeug streifte einige Baumwipfel, geriet abermals ins Trudeln, krachte mit Getöse durch die Äste und grob sich in das hohe Gras am Rand eines Wäldchens. Der Aufprall war hart und die Haltefelder drückten Cyrus und Dominic fest in die Sitze. Die Sicherheitsvorrichtung dämpfte zwar den Schlag, der durch den Gleiter fuhr, dennoch raubte es Dominic kurz den Atem. Nachdem der Motor verstummt war, erloschen die Armaturen und eine dichte Staubwolke begann den Gleiter einzuhüllen. Dominic brauchte einige Momente, um die Situation zu verarbeiten. Als er wieder klar bei Verstand war, drückte er den Schalter für den Peilsender. Zufrieden vernahm er ein pulsierendes Summen, welches anzeigte, dass das Gerät unbeschädigt geblieben war. Wie geht's dir? fragte er Cyrus, der in seinem Sessel zusammengesunken war. Ich fliege das nächste Mal, deutete Dominic das Gestammel seines Kameraden. Dir geht's gut, winkte Dominic ab und betätigte erfolglos den Türmechanismus. Du solltest öfter Prügel beziehen. Inzwischen stieg Qualm von der Konsole auf, Funken knisterten in der Elektronik. Maush hier, ließ sich Cyrus durch die Kompressen in seinem Mund vernehmen. Ja, raus hier, berichtigte Dominic. Er betätigte die Sprengverschlüsse am Rahmen der Kanzel und klappte das gewölbte Glas nach oben. Aus einem Fach unter dem Sitz förderte Dominic einen leichten chromglänzenden Raumanzug zutage. Eigentlich nur ein Thermoanzug, der nicht für lange Weltraumaufenthalte gedacht war, aber bestimmt gegen die Kälte helfen würde, die dabei war, sich auszubreiten, je mehr Atmosphäre ins All entwich. Cyrus war auf die gleiche Idee gekommen und kletterte umständlich mit dem Raumanzug unter dem Arm aus dem zerstörten Gleiter. Dominic griff nach einem Gewehr und einer Pistole an der Rückwand der Kanzel über den Sitzen und löste beide Waffen aus den Halterungen. Eilig schwang er die Beine über die Konsole und glitt über die gewölbte Schnauze des Gleiters ins Freie. Es fühlte sich seltsam an, als seine Füße den Boden berührten. Es war, als würde er auf ein weiches Kissen treten. Die Schwerkraft hatte sich bereits verändert, nicht viel, lediglich um einige wenige Prozent, aber es war spürbar, die Rotation des Habitats kam zum Stillstand. Dominic blickte nach oben und sah das Cayman-Schiff, dessen gewaltige silbrige Strukturen sich durch die Hüllen der Station gebohrt hatten. Wie die Zacken einer riesigen metallenen Gabel ragten sie zwischen den Häusern hervor. Eine wirbelnde schwarze Wolke stand über den Dächern der Stadt und spuckte rauchende Trümmer aus, die in den Raum zwischen den Turmspitzen der gegenüberliegenden Städte trudelten. Das Cayman-Schiff feuerte blitzende Salven in das Häusermeer, aus dem Dominic und Cyrus gerade gekommen waren. Flammen schlugen in die Höhe und Feuerbälle blähten sich auf. Dominic hielt sich am Gleiter fest. Die künstliche Gravitation schwächte sich weiter ab. Ein kleiner Sprung würde genügen und es konnte eine Weile dauern, bis man wieder die Füße auf den Boden bekam. Auch die Temperatur begann nun deutlich zu fallen, während die Atemluft dünner und dünner wurde. Wind kam auf und wirbelte Staub Er durfte nicht riskieren, ihn zu beschädigen. Dominic stülpte sich die Kapuze über und setzte die Atemmaske mit dem getönten Visier vor das Gesicht. Noch war es nicht nötig, die Sauerstoffversorgung einzuschalten, er konnte durch den Filter atmen. Cyrus sagte etwas, das aber durch die Sprechvorrichtung nicht klar zu verstehen war. Dominic sah ihn auf der anderen Seite des Gleiters. Er hielt ein dünnes glänzendes Arasi Dreiseil in den Händen, das er aus einer kleinen Rolle am Werkzeuggürtel seines Anzuges hervorgezogen hatte. Auch ihm war natürlich nicht entgangen, dass sich die Schwerkraft verringerte. Wir machen die Kabel vorne am Abschlepphaken fest, sagte Dominic, öffnete eine kleine Klappe am Bug des Fahrzeugs und befestigte die Karabiner der Arasi Seile an der Vorrichtung, die darunter zum Vorschein kam. Kaum war das geschehen, schrillte ein helles Pfeifen durch die Luft. Cyrus und Dominic hoben beinahe gleichzeitig die Köpfe. Einige glänzende Objekte, spitz und schlank wie Pfeile, schossen auf sie zu. Ein paar von ihnen verschwanden zwischen den Türmen, die den kleinen grünen Park umgaben, ein anderes jedoch ging mit lautem Krachen hinter einer Gruppe von Bäumen nieder. Die Druckwelle des Einschlags ließ die Stämme bersten, schleuderte Erde in die Höhe und fegte das Laub von den Ästen. Dominic und Cyrus warfen sich besorgte Blicke zu. Cyrus sagte etwas, Streuner! Ich hoffe auch, dass es Streuner sind, antwortete Dominic. Angesichts des fremdartigen Schiffes zweifelte er jedoch daran. So etwas hatte er noch nie sofort zu Gesicht bekommen. Dominic betrachtete das Gewehr in seinen Händen, dann warf er Cyrus seine Pistole zu, der sie kritisch betrachtete, nachdem er sie aufgefangen hatte. Es war kein zweites Gewehr da, entschuldigte er sich. Cyrus wog die Waffe in seiner Hand. Werden uns nicht lange halten können, murmelte er. Behalte die Nerven, sagte Dominic und versuchte nicht, wie ein Ausbilder zu wirken. Genau zielen, verschwende keine Munition. Ich dachte, ich ballere ein bisschen rum, gab Cyrus zurück. Die Worte waren einigermaßen verständlich. Nur so zum Spaß. Gut, dass es dir wieder besser geht, stellte Dominic halb zynisch, halb nüchtern fest. Er bemerkte eine Bewegung zwischen den Bäumen, legte das Gewehr an, ging in die Hocke und spähte durch den Zielmonitor. Einige Sekunden konnte er lediglich den Staub sehen, der sich nur langsam lichtete und Blätter, die als Wolke in der zunehmenden Schwerelosigkeit taumelten. Doch schließlich traten die Invasoren aus dem kleinen Wäldchen hervor. Es waren fünf oder sechs und es handelte sich nicht um Streuner. Die Kreaturen waren von eindeutig insektoider Gestalt und gingen auf zwei Beinen. Sie trugen glänzende Panzer, die einige Körperpartien schützten, andere jedoch unbedeckt ließen. An diesen Stellen glänzten schwarze Hornplatten. Dominic erkannte zwei Paar Arme, von denen eines auf den ersten Blick verkümmert aussah. Die Köpfe saßen auf kurzen Hälsen, Bündel von Fühlern oder Tentakeln wuchsen aus den Schädeln und verliehen den Wesen das Aussehen von Fangheuschrecken Dominic stockte der Atem beim Anblick der Invasoren. Das ist unglaublich, hauchte er. Ich hoffe, die bemerken uns nicht. Inzwischen bewirkte die schwache Gravitation, dass sich seine Füße vom Boden lösten. Auch Teile des Untergrundes begannen zu schweben und sogar der Gleiter geriet in Bewegung. Unterdessen war der ganze Trupp der Kämien aus dem Wäldchen getreten. Langsam kamen Allerdings schienen sie die beiden Menschen im hohen Gras noch nicht entdeckt zu haben. Ich brauche ein Gewehr, stammelte Cyrus und duckte sich tiefer ins Gras. Ein großes Gewehr. Dominic wollte nicht die Aufmerksamkeit der Kämien erregen, indem er einen Schuss riskierte. Das Gewehr verfügte zwar über einen winzigen Raketenwerfer, aber die Ladezeit zwischen den einzelnen Salben dauerte zu lange, um sich mit dieser gut gerüsteten Schar von Kämien anzulegen. Es wäre fatal, würde auch nur einen von ihnen verfehlen. Jeder der kleinen Raketen musste treffen und er besaß nur fünf davon. Angestrengt spähte Dominic durch das Zielgerät. Der Staub verzog sich und er sah das Fahrzeug der Kämien zwischen den Bäumen. Eine große Luke an dessen Seiten stand offen und gewährte ihm einen Blick ins Innere. Es war schwer, aus der Anordnung skurriler Apparaturen und Maschinen darin schlau zu werden, aber er hatte den Eindruck, als würde er in eine Waffenkammer starren. Zumindest glaubte er Granaten zu erkennen, die in den Wänden verstaut waren. Als ihn eines der Wesen schließlich entdeckte, musste er reagieren und er aktivierte den Raketenwerfer. Ein bleistiftendes Geschoss rastete in den Werfer ein. Dominic feuerte es ab. Die kleine Rakete zeichnete eine helle Spur in die Luft, flog zwischen den Reihen der Cayman hindurch und schlug im Inneren des Schiffes ein. Es folgte eine dumpfe Explosion innerhalb des Caymanschiffes. Flammen schlugen aus dem Schott und dicker Rauchquoll heraus. Der Überraschungsmoment fährte jedoch nur kurz. Die Cayman legten ihre Waffen an und mehrere Schüsse trafen den Gleiter. Trümmer flogen umher und Metallsplitter zischten Dominic um die Ohren. Es gelang ihm immerhin eine weitere Rakete zu laden und abzufeuern. Einer der Angreifer wurde getroffen und von der Detonation zerfetzt. Die anderen kamen unaufhaltsam näher, während der Gleiter allmählich in die Höhe stieg. Jeder Schuss wirkte wie eine Treibladung, die das kleine Wrack nach oben beförderte. Die Haltekabel, die Cyrus und Dominic mit ihm verbanden, spannten sich allmählich. Die Cayman machten sich einen Spaß daraus, dem Fahrzeug weitere Treffer zu versetzen, das dadurch weiter davon driftete und die beiden Menschen hinter sich herzog. Es trieb höher und höher wie ein bizarrer, zerfetzter Heißluftballon, der seine ehemaligen Passagiere an ihren Haltekabeln herabaumelten. Cyrus fluchte und schimpfte, er feuerte einige ungezielte Salven ab und Dominic tat alles, um die Cayman irgendwie ins Visier zu bekommen. Vergeblich. Je mehr er es versuchte, umso heftiger geriet er ins Trudeln und verhedderte sich in seinem Arasi-Kabel. Die Cayman nahmen Cyrus und Dominic unter Feuer, aber viele der summenden Energiegeschosse gingen daneben. Eines streifte Dominics Anzug am Bein. Kalte Luft drang durch den Riss ins Innere. Ein weiterer Schuss versenkte das Visier. Der Geruch von verbranntem Kunststoff stieg beißend in seine Nase und trieb Tränen in seine Augen. Das Gewehr entglitt seinen Fingern, ergriff danach, aber es wirbelte bereits davon. Ein Energieblitz traf die Waffe und sie zerbarst in einer Wolke aus glühenden Splittern. Dominic wurde klar, dass die Kalmen ihn und Cyrus jederzeit hätten töten können, aber den Insektoiden Kreaturen bereitete es offenbar Vergnügen, ihren Opfern Zeit zu geben, sich ihr Schicksal auszumalen. Cyrus gab seine letzten wirkungslosen Schüsse ab, dann warf er die Pistole weg und murmelte leise vor sich hin. Es klang, als würde er beten. Dominic hatte schon lange nicht mehr gebetet, er hatte irgendwann damit aufgehört. Es fiel ihm schwer zu sagen, wann genau das war, aber jetzt verspürte er den unwiderstehlichen Drang, erneut damit anzufangen. Er sah auf die Kalmen hinunter, die im grünen Gras standen und ihre Waffen auf ihn anlegten. Die nächsten Schüsse würden nicht fehlgehen. Das Spiel war vorbei. Dominic rechnete jeden Moment damit, von zahllosen Geschossen durchlöchert studierte. Die Druckwelle zerschmetterte die Insektoiden und der gewaltige Feuerball verbrannte, was von ihnen übrig war. Die Schockwelle trieb das Wrack des Gleiters jedoch weiter in die Höhe. Der kleine Park, in dem sie einige Minuten zuvor niedergegangen waren, schrumpfte in der Entfernung zu einem grünen Fleck zusammen. Dicht neben der Fassade eines der großen Türme ging es weiter und weiter hinauf, der Menschen sehen, die aus dem Turm zu fliehen versuchten. Sie schlugen Scheiben ein, deren Bruchstücke sich zu glitzernden Nebelschwaden aufblähten. Die Menschen schwebten nach draußen und zappelten hilflos neben Betonbrocken und geborstenem Stahl in der dünnen Luft. Dominic erkannte, dass weitere Cayman-Schiffe in die Stadt eindrangen, feilförmige Schiffe, die wie Projektile in die Fassaden der Häuser oder in die Straßenzüge einschlugen. Er beobachtete große zangenförmige Fahrzeuge, die wie Miniaturausgaben des gewaltigen Schiffes aussahen, das die Chester-Station gerammt hatte. Sie landeten zwischen den Häusern und entließen Schwärme von gerüsteten Cayman-Kriegern, die sich inmitten der Stadt bewegten, als herrschte normale Gravitation. Cyrus fluchte. Wie Dominic ihn verstand, meinte er, sie würden bis in alle Ewigkeit über den Dächern von Chester herumschweben und dann Ungern. Dominic fragte sich, ob der Notfallsender des zerschossenen Gleiters noch Signale aussandte, und selbst wenn das der Fall war, zweifelte er daran, dass Perk ein Bergungsteam losschicken würde, um sie zu retten. Je mehr er darüber nachdachte, umso schlechter fühlte er sich. Cyrus fluchte indes weiter, zwischendrin schien er wieder zu beten. Auch Dominic sandte eine kurze Bitte an den Schöpfer, wer immer das auch war, und wie taub trieben Cyrus und Dominic neben den Gleiter dahin, wie Satelliten um ihren geborstenen Planeten. Dominic begann zu frieren und versuchte den Riss mit einigen Klebestreifen aus dem Reparaturset an seinem Gürtel zu flicken. Es gelang ihm kaum. Seine Finger fühlten sich bereits taub an. Schließlich hörte er Cyrus schreien. Er deutete nach oben. Dominic war so mit der Reparatur seines Raumanzuges beschäftigt, dass er das Bergungsschiff nicht hatte kommen hören. Ein wuchtiges Ding mit allerlei Greif- und Schleppvorrichtungen. Es schwebte mit geöffneter Seiten Luke näher. Darin ein Team von fünf oder sechs Männern bereit, Cyrus und Dominic an Bord zu holen. Das Bergungsschiff war ohne Begleitschutz aufgebrochen. Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung boten die beiden Kanoniere an den Bordwaffen an Bug und Heck des Schiffes. Sie würden den Cayman jedoch kaum etwas entgegenzusetzen haben, sollten sie das Rettungsteam angreifen. Endlich setzten sich die Greifer in Bewegung, ergriffen die hilflosen Soldaten und holten sie an Bord. Während sich ein Mediziner um Cyrus kümmerte, sah Dominic angestrengt auf das Chaos hinab, das sich in Chester ausbreitete. Mit Bangen richtete er seinen Blick in die Höhe, wo die Ramsporne des Cayman Schiffes in das Himmel holen. Das Schott des Bergungsfahrzeuges schloss sich und Dominic wurde auf eine Liege gelegt. Nachdem der Arzt Cyrus versorgt hatte, kümmerte er sich kurz um Dominic und konnte ihm versichern, ein ziemlich zäher Bursche zu sein. Dominic hoffte, dies nicht so bald wieder unter Beweis stellen zu müssen. Dominic und Cyrus kehrten sicher auf der Zora zurück und das Schiff legte ab. Die Zora gehörte zu den schnelleren Schiffen der Heimatflotte. Sie gewannen rasch an Distanz zum Chester Habitat. Als Dominic das Bergungsschiff verließ, konnte er durch einen Seeschlitz im Schott des Haupthangars einen Blick zurück auf die Station werfen. Erst jetzt vermochte er die Größe des Cayman Schiffes zu erkennen, das wie ein riesiger zweizackiger Spieß im röhrenartigen Druckkörper des Habitats steckte. Weitere Cayman Klingen schlugen in die Station ein. Dominic hörte, wie der Schiffsarzt mit Cyrus zu schimpfen begann, den sie auf seine Liege aus dem Fahrzeug schoben, um ihn auf die Krankenstation zu bringen. Ein Assistent drückte den Kadetten auf die Liege und der Doktor verpasste dem Patienten eine Injektion mit der Nadelpistole. Das wird sie ruhig stellen, brummte der Doktor. Cyrus gab nicht auf. Er wandte sich und versuchte aufzustehen. Der Arzt bereitete eine weitere Injektion vor, da packte Dominic ihn am Handgelenk. Was erlauben sie sich, Rekrut? Der Mediziner stieg die Zornesröte ins Gesicht. Noch so eine Unverschämtheit und ich lasse sie unter Arrest stellen. Er muss auf die Brücke. Dominic gab sich alle Mühe beherrscht zu bleiben. Es ist wichtig. Es durfte jetzt keinen Streit geben. Sollte Cyrus tatsächlich nützliche Informationen haben, konnte er es nicht riskieren, dass man ihn in eine Zelle steckte und sediert auf der Pritsche festschnallte. Pirk hat uns auf eine Mission geschickt, luk Dominic. Die Informationen müssen jetzt auf die Brücke. Sofort! Kadetten? hustete der Doktor verächtlich. Als Spione? Wer denkt denn an sowas? Niemand, antwortete Dominic. Deswegen hat es ja auch funktioniert. Der Schiffsarzt schien verunsichert. Ich kenne Pirk schon lange. Man muss bei ihm stets auf Überraschungen gefasst sein. Aber solche Dummheiten hat er bisher noch nicht gemacht. Der Alarm schrillte los. Lassen Sie Cyrus gehen, beharrte Dominic. Mit der Sedierung, die ich ihm verpasst habe, geht er keine zehn Meter weit. Beeilen Sie sich, in ein paar Minuten wird er sich ins vor dem Fenster konnte Pirk drei helle Punkte ausmachen, die in der Bahn der Zora lagen. Ein Blick auf einen der Bildschirme offenbarte, dass es sich um weitere Cayman Klingen handelte. Diesmal befanden sie sich jedoch auf Abfangkurs. Sie wollten Beute machen. Pirk stand vor dem Frontfenster und erteilte Befehle an seine Offiziere, als Porter und Corin den Kommandostand betraten. Roslyn bemerkte Dominic, löffte er die beiden an. Gehen Sie sofort auf Ihre Stationen. Sir, erwiderte er, Cyrus hat eine wichtige Information. Sie haben uns genug Schwierigkeiten gemacht, sagte Perk. Tun Sie Ihre Pflicht und machen Sie Ihre Arbeit an der Schützenlinie. Cyrus hielt Dominic seinen Handcomputer vor das Gesicht. Buchstaben leuchteten auf dem Display. Porter hatte es offenbar schwer, den Wort, mit dem wir durch die Blockade kommen, sagte Dominic zu Perk, nachdem er den Sinn der Worte erfasste. Der Käpt'n musterte die zwei Kadetten wie zwei Schuljungen, die eher eine Bestrafung verdienten, anstatt ihnen das Ohr zu leihen. Cayman schwärmen aus, tönte die Stimme des Navigators durch den Raum. In vier Minuten sind wir in Waffenreichweite. Roslyn musterte Corinne und Porter abschätzig. Wenn das ein Scherz ist. Cyrus schüttelte den Kopf, tippte auf seinen Handcomputer und Dominic las. Es wurde gewiss immer schwieriger zu begreifen, was Cyrus schrieb. Der Junge mit dem blauen Irokesenkamm wurde zusehends schwächer. Dominic setzte mehrmals an, die Worte vorzulesen, die er schrieb. Es geht um ein Passwort, mit dem wir an den Cayman vorbeikommen, teilte Porter schließlich mit. Wie lautet es, wollte Roslyn wissen, und woher hat er es? Perk beobachtete, wie der Zeigefinger von Cyrus Corinne auf der Tastatur herumhackte. Geht das nicht schneller, Junge? Wieder las Dominic vor. Lanius, es muss den Cayman übermittelt werden, dann lassen sie uns durch. Perk hätte nur zu gerne gewusst, aus welcher Quelle Corinne seine Informationen hatte. Haben sie ihre Informationen von den Piraten? Wieder zippte Cyrus. Er wurde immer schwächer und allmählich fielen ihm die Augen zu. Von den Flats, las Dominic. Perk blieb skeptisch. Sollen wir das Wort auf die Scheibe kritzeln? Schaltete sich Roslyn in das Gespräch ein. Damit die Käfer es lesen können? Kontaktieren sie die Triss, las Dominic vor. Fehl durch den Raum und der Funker begann eine Verbindung zur Triss herzustellen. Der Mann zögerte. Es bereitete ihm augenscheinlich Unbehagen, das Piratenschiff erneut zu kontaktieren. Auch Pirke fiel das Ganze nicht, zweifellos kam all das bei der Mannschaft nicht gut an. Es würde Gerüchte über den Kontakt zu den Piraten geben. Inzwischen beschleunigten einige der Schiffe, denen zusammen mit der Zora die Flucht vom Chester Habitat gelungen war. Sie zogen an der Zora vorbei. Pirke war klar, dass sie in ihr Verderben flogen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sich jemand auf den Funkspruch der Zora meldete. Der zentrale Holoprojektor generierte das Bild einer Frau. Es handelte sich um die Piratin, die Corinne und Porter gefangen genommen und in den Club gebracht hatte. Sind sie in der Klemme? Eröffnete die Piratin mit übertrieben besorgt im Unterton. So kann man es sagen, antwortete Perk. Es geht um das Passwort und wie wir es an die Cayman übermitteln können. Die bauen gerade eine Blockade auf. Was ist ihnen diese Information wert? Perk hatte nicht damit gerechnet, dass es einfach würde, aber er wollte auch keine Zeit mit Verhandeln verlieren. Was wollen sie? Dasselbe, was Blake von ihnen wollte. Die Frau war nicht der Käpt'n der Triss, so viel wusste Perk bereits. McIntyre schien viel Vertrauen in sie zu haben. Anderenfalls hätte er ihr nicht sein Schiff überlassen. Sie besaß offenbar viel Autorität und bestimmt spielte sie mit dem Gedanken, sich irgendwann als Kommandant eines eigenen Schiffes selbstständig zu machen. Ich habe Blake schon erklärt, dass meine Befugnisse nicht weit reichen. Perk versuchte seine Worte nicht wie eine Entschuldigung klingen zu lassen. Sie werden einen Weg finden, dessen bin ich mir sicher, gab die Piratin zurück. Der Käpt'n warf einen Blick auf die näher kommenden Cayman Klingen. Sie eröffnete das Feuer und die Schiffe, die vor wenigen Augenblicken dem Flottenverband vorausgeeilt waren, wurden getroffen. Eines von ihnen verging in einer schillernden Explosion. Wenn die Käfer Gefangene machen wollten, sollten sie genau erzielen. Perk widmete sich wieder der Piratin. Sie haben mein Wort. Ich werde ihnen verschaffen, was sie wollen, aber ich kann ihnen keine Sicherheiten bieten, dass es gelingt. Ihr Wort genügt mir vorerst. Blake hat eine gute Meinung von ihnen. Die Meinung eines Abtrünnigen und Piraten sollte Perk eigentlich egal sein, aber so war es nicht. Die Frequenz? Die Frau genoss Perks Verzweiflung noch einen Moment. Keine Frequenz. Lichtsignale. More the Code. Der Code ist so geheim, dass die Flats ihn keinem abhörbaren Kanal anvertrauen. Perk runzelte verwundert die Stirn. Ich habe ihr Wort, Captain. Damit erlöscht das Hologramm. Perk beschloss, die Übermittlung des Passwortes selber zu übernehmen und setzte sich in den Kommandosessel, aktivierte die Suchscheinwerfer am Bug der Zora und begann den Code zu senden. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? erkundigte sich Roslyn. Ist schon eine Weile her, gestand Perk. Gut möglich, dass ich ihnen einen dreckigen Witz übermittle. Weitere Schiffe, die aus Chester entkommen waren, wurden zerstört. Andere wurden von den kleinen pfeilförmigen Fahrzeugen attackiert, die wie Geschosse in die Rümpfe eindrangen. Perk wiederholte die Nachricht, während weitere Schiffe in Stücke geschossen oder geändert wurden. Noch waren die Kamen klingenden Sichtfeld der Zora nur als glitzernde Sterne zu erkennen, aber immer mehr Einzelheiten wurden sichtbar, je näher sie kamen. Abermals sendete Perk die Lichtsignale an die Kamen und noch ein Schiff wurde getroffen. Die Lichter erloschen. Der Antrieb ging aus. Es begann zu driften. Perks Anspannung wuchs mit jedem Meter, den sich die Distanz zu den Feinden verringerte. Die Zora war schon längst in der Waffen Reichweite ihrer Feinde, aber noch schwiegen die Kanonen der Invasoren. Niemals zuvor Auch für die Besatzung der Zora musste das eine neue Erfahrung sein. Perk konnte die Angst buchstäblich fühlen, die sich unter den Männern und Frauen der Crew aufbaute. Es herrschte ein angespanntes Schweigen. Nur die Computer piepsten und zirpten leise ihre Signale. Das Schiff drang in die Lücke zwischen den Cayman Krallen ein. Perk sah, wie die Flanke eines der gigantischen silberglänzenden Schiffe endlich hinter dem linken Rand des Bugfensters verschwand. Voraus befanden sich jetzt nur noch Sterne. Er gab den Befehl Fahrt aufzunehmen und beobachtete, wie die zwei Cayman klingenden Bildschirmen des Heckmonitors zu kleinen Punkten zusammenschrumpften. Erleichterung machte sich breit. Vereinzeltes Aufatmen und nachdenkliches Gemurmel. Unwillkürlich fragte sich Perk, was die Besatzung angesichts des ganzen Geschehens denken mochte. Wäre er ein einfacher Soldat an Bord der Zora, würde er sich ebenfalls fragen, was auf Samaria geschehen war, warum es Kontakte zu Piraten gegeben hatte und wie es gelingen konnte, an den Cayman vorbeizukommen. Die Zora war das einzige Schiff, das aus dem Pulk übrig geblieben war, der Chester verlassen hatte, ohne angegriffen oder geändert worden zu sein. Womöglich wäre es das Beste, sich der Mannschaft zu erklären, um Gerüchten vorzubeugen, aber wenn er zu viel Preis gab, konnte das auch nach hinten losgehen. Inzwischen hatte er viele Informationen gesammelt und es würde bald möglich sein, die Hintermänner der Flats in der Flotte zu identifizieren, sofern nichts nach außen drang, dass die Verbrecher warnen konnte. Er wandte sich Porter und Corinne zu. Porter, Sie gehen jetzt in Ihr Quartier und bleiben dort, bis ich sie holen lasse, aber bringen sie Corinne zuerst auf die Krankenstation. Roslyn winkte zwei Sicherheitsoffiziere heran, damit sie die beiden Kadetten von der Brücke eskortierten. Perk lieb sich nachdenklich die Stirn, als Porter und Corinne gegangen waren. Die beiden sollten keine Probleme mehr machen. Die Ishida Methode? Ja, die Ishida Methode. Verdammt Porter, schnautzte Roslyn hinter seinem Schreibtisch. Verdammt Corinne. Er lag mehr in seinem Sessel vor dem großen Fenster, hinter dem sich das Weltall dehnte, als würdevoll darin zu thronen, wie sich das für einen Offizier gehörte. Was schlagen sie vor, dass ich ihnen als Strafe zukommen lassen könnte? Mit den Händen vorschriftsmäßig an der Hosennaht ließen Dominic und Cyrus den Ärger des ersten Offiziers über sich ergehen. Weder nächsten Schleuse werfen lassen, wenn es nach mir ginge. Der Offizier legte die Fingerspitzen aneinander. Aber es geht ja nach dem Käpt'n und er hat einen Narren an euch gefressen. Das verstehe wer will. Er holte zweihalbt transparente Folien unter dem Schreibtisch hervor, auf denen das Emblem der Flotte leuchtete. Ein Planet, dem zwei Adlerflügel wuchsen. Ihre Beförderung. Seine Stimme verriet, dass er gerne darüber gelacht hätte, anstatt Dominic und Cyrus zu gratulieren. Glückwünsche für sie beiden. Sie sind jetzt Offiziere. Er unterließ es, aufzustehen, wie es Vorschrift gewesen wäre. Und jetzt stehen sie bequem. Sie sehen aus wie zwei Vogelscheuchen mit Holzspießen in den Ärschen. Dominic und Cyrus lösten sich aus ihrer Starre, brachten aber weiterhin kein Wort hervor. Beiden hatte es gleichermaßen die Sprache verschlagen. Aber irgendetwas in Dominic riet ihm, sich nicht zu sehr über die Beförderung zu freuen. Sie war weder angemessen, wenn man die Kürze ihrer Laufbahn als Kadetten in Betracht zog, noch konnte es an irgendwelchen Verdiensten liegen. Sie konnten keine nennenswerten Heldentaten vorweisen, die sich aus einer Roslyn hervor. Natürlich wusste er, was in Dominic und Cyrus vorging und welche Fragen sie sich stellten. Wir machen quasi jeden zum Offizier, also bilden sie sich nichts darauf ein. Auch wenn man ihnen bisher versucht hat, einen anderen Eindruck zu vermitteln. Ein weiteres Feigenblatt, verhüllen soll, wie es tatsächlich um unsere Streitkräfte steht. Er lachte in sich hinein. In der Flotte gibt es genügend Offiziere, die noch schnell ihre Spielsachen in die Ecke räumen müssen, wenn man sie auf die Brücke ruft. Sir, Cyrus wagte dann doch etwas einzuwenden. Wenn ich etwas anmerken darf? Roslyn hob die Hand. Bei ihnen beiden jedoch liegt der Fall anders. Sie sind zumindest keine Schwachköpfe, können sich einen Reim auf gewisse Abläufe machen, aber das alleine genügt nicht. Man muss wissen, wann man schweigt und abwartet. Das lernt man nur durch Erfahrung und die kann ich ihnen nicht mit dem Fläschchen geben. Er ließ die Worte seines Vortrags einige Sekunden wirken. Als Offiziere stehen sie jetzt unter dem direkten Kommando des Käptens und werden öfter mit ihm zu tun haben, als ihnen lieb sein kann. Er lehnte sich in seinem Sitz zurück. Es war so still im Raum, dass man das Leder des Sessels knirschen hören konnte. Der Offizier ließ erneut einige Momente verstreichen, während er Dominic und Cyrus argwünisch betrachtete. Auf diese Weise haben Perk und ich immer einen unmittelbaren Blick auf euch, ließ er die beiden neuen Offiziere wissen. Ihr werdet so mit Arbeit versorgt, dass euch die Lust am Abenteuer vergeht. Und hilfreich seien, sich jeden Schritte gut zu überlegen. Und noch was, als Kadetten hatten sie eine gewisse Narrenfreiheit. Als Offiziere wird man sie vor ein Kriegsgericht zerren, sollten sie das nächste Mal Mannschaft und Schiff gefährden. Ich rate ihnen also zur Umsicht. Das Erste, was sie tun werden, nachdem sie ihre Quartiere aufgesucht haben, ist, ihre Kuscheltiere über Bord zu werfen und sich in das Handbuch der Offiziere zu vertiefen. Morgen ab 0600 werde ich sie über die ersten beiden Kapitel abfragen. Ab morgen sind sie ebenso verantwortlich für die Logistik der Schützen rein. Ich bin froh, diesen Bereich delegieren zu können. Sie haben das Spielzeugland verlassen. Willkommen im Fegefeuer von Kompetenz und Verantwortlichkeit.